Unser Notfällchen des Monats wartet diesmal in der Tierpension Schulze auf ein neues Herrchen oder Frauchen oder eine neue Familie. Es handelt sich hier um Mau Mau. Mau Mau ist eine neunjährige Katze. Sie ist geimpft, sie ist kastriert, sie ist sehr verschmust, sehr lieb und vor allem was wichtig ist, sie ist ein Freigänger. Das heißt, optimal wäre dann tatsächlich so etwas wie ein Haus mit Garten, mit einer Terrasse, wie auch immer, oder ein großer Wintergarten mit Balkon, irgendwas in der Richtung, sodass sich Mau Mau draußen auch ein bisschen austoben kann. Sie ist wie gesagt, ja, jetzt mittlerweile neun Jahre alt, aber richtig gesund. Sie kommt mit anderen Katzen aus. Sie ist ja in der Tierpension auch häufiger mit einer Gruppe unterwegs gewesen, wenn sie dann mal hier eine Zeit lang eben gewohnt hat, weil eben Herrchen und Frauchen im Urlaub waren oder sowas. Sie kennt Hunde, also auch mit Hunden wäre alles kein Problem. Kinder sind auch kein Problem. Also eigentlich ein ganz, ganz unkompliziertes und sehr, sehr verschmustes Tier, wie man hier gerade sieht. Also, wer Mau Mau kennenlernen möchte, der schaut hier mal vorbei in Jansdorf in der Tierpension Schulze. Alle Infos gibt es ja hier unten auf der Homepage. Also, hoffen wir, dass das klappt. Demnächst mit einem neuen Zuhause für Mau Mau.